Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Unser Thema ist klar, wir haben 20 plus 10 Minuten, deshalb wird es kein Workshop, in dem Sie tatsächlich mit Daten arbeiten können, sondern ein Werkstattbericht. Wir haben das aber so angelegt, dass alle Daten, die wir verwenden, in unserer Präsentation verlinkt sind. Da haben Sie den Link, Sie können sich die runterladen und es einfach ausprobieren. Es funktioniert tatsächlich, es sind nicht nur Slides, das war uns wichtig. Okay, also ich werde etwas sagen, wir werden etwas sagen zu den Repositorien, was merchen eigentlich in unserem Fall bedeutet, wie wir analysieren, visualisieren. Und the real thing ist eigentlich, was man damit noch machen können. Also wir stellen Ihnen jetzt wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt unserer Arbeit vor, aber was eben geht in der kurzen Zeit. Die Repositorien, über die wir sprechen, sind Epidat und Dio. Das sind zwei epigrafische Datenbanken. Epidat ist die Forschungsplattform für jüdische Grabstein-Epigrafik, die seit 2002 entwickelt wird und seit 2006 online wird und zurzeit sowas von 34.000 Inschriften online anbietet. Die deutschen Inschriften online sind ein interakademisches Projekt, das die einzelnen Bände, die in der Reihe deutsche Inschriften publiziert werden, nach und nach online stellt. Bei Epidat haben wir zurzeit 35.000 Inschriften, bei Dio circa 18.000. Die Zeiträume sind 11. bis 20. Jahrhundert bei Epidat, 500 bis 1650 bei Dio. Der Raum ist vor allen Dingen Deutschland und bei Dio Deutschland, Österreich und Südtirol. Bei Forschungsplattformen für die jüdische Grabstein-Epigrafik handelt es sich vor allen Dingen um Grab in Schriften, liegt nahe bei jüdischen Friedhofen. Bei Dio gibt es ganz verschiedene Genres, Bau in Schriften, Grab in Schriften, Stifter in Schriften, in Schriften auf Bechern, Pokalen und so weiter. Alles möglich. Das sind die Corpora. Wir gehen jetzt nicht in die Highlights der Epigrafik und warum das das schönste Fach Höchstwissenschaft der Welt ist. Leider können wir das jetzt nicht machen. Für diesen Werkstattbericht war es wichtig, warum wir uns überhaupt zusammengetan haben im Rahmen von Daria, dass wir beide ein gemeinsames Format benutzen, das Epidoc T-I-XML for Epigraphic Documents, dass beide Repositorien Schnittstellen haben und dass beide eine offene Lizenz haben, CC BY, wobei das bei Dio zurzeit noch in der Arbeit ist implementiert worden muss, aber die Entscheidung ist schon gefallen. Also das ist eine gute Basis, um überhaupt maschinenlesbar auf zwei Repositorien zuzugreifen. Format, Schnittstellen und eine Lizenz, die das zulässt. Epidoc als Archiv- und Austauschformat wird seit 1999 kooperativ entwickelt. Es ist ein Subset der Text-Encoding-Initiative. Wie bei der Text-Encoding-Initiative erscheinen auch bei Epidoc regelmäßig Guidelines. Zweimal im Jahr werden Releases geschaltet, die kollaborativ verhandelt werden und es wird von sehr, sehr vielen Projekten verlinkt. Alles, was hier by the way blau ist, würde jetzt in die Liste der Projekte führen. Das sind Links. Also wenn Sie es zu Hause probieren, haben Sie hier jede Menge Stoff. Hier ist die Startseite, das wird sehr genau beschrieben. Es gibt ausführliche Guidelines dazu, zu allen möglichen Fällen des Encodings, das für Inschriften epigraphisches Material eben relevant ist. Wenn die TI 500 Tags hat, hat Epidoc ungefähr 110 zurzeit und es ist eben ein sehr stringenter Standard. Hier sehen Sie ein Beispiel, Angaben zur Person. Das ist das, was mit Epidoc zurzeit möglich ist. Es ist die Profile Descriptions. Innerhalb der Profile Descriptions gibt es eine Participation Description. Da haben wir dann einen Last Persons Tag und eine Person. Und was jetzt für uns wichtig ist, dass die Person durch einen Geschlechtsmarker hat. Eins für Male, zwei für Female. Das ist irgendein ISO-Standard, den wir hier verwenden. Und dann kommt der Name und das Todesdatum, weil es handelt sich um Grabentschriften. Weitere Angaben, die da noch möglich sind, sind zum Beispiel der Language Usage, die Sprachen, die auf der Inschrift verwendet werden. Das kann Deutsch, Hebräisch, Jiddisch und so weiter sein. Da ist viel möglich. Die Datenschnittstellen sehen bei Epidoc und Dio ganz ähnlich aus. Sie bieten Restschnittstellen. Darüber können Sie die Collections greifen. Von den Collections kommen Sie zu, bei Dio sieht das ganz ähnlich aus. Das sind die einzelnen Bände. Von der Collection, wenn Sie eine ausgewählt haben, hier in diesem Fall Worms, haben Sie dann in dieser maschinenlesbaren Datei die Links zu den einzelnen Datenformaten. Und die sehen dann aus, das ist dann sauberes TI nach dem Epidoc-Standard, Header, Facsimile, Text. Klassisch kennt man, aber eben auch harvestbar über eine Schnittstelle, die auch einigermaßen beschrieben ist. Also von Collection zu Collection, zu Resource, zu File. Diesen Weg sind wir auch gegangen beim Mergen unserer Datenbestände. Und eben wichtig für Lizenzen, die dritte Voraussetzung, dass man Lizenzen vor allen Dingen auch vergeben sollte, damit andere, damit ganz andere Sachen machen können, die dann vielleicht auch besser sind, als die Sachen, auf die Sie selber gekommen sind. Das war auch ein bisschen unsere Erfahrung bei unserer Zusammenarbeit. Uns sind sehr viele Ideen gekommen, dadurch, dass wir einfach mit den Daten des anderen gearbeitet haben. Obwohl wir beide aus der Hardcore Epigraphics kommen, aber eben in unterschiedlichen Disziplinen, in jüdischen Studien, bei den deutschen Inschriften, da hat man doch andere Fragestellungen. Aber dadurch, dass man sich zusammensetzt, kommt man auf ganz viele neue Ideen. Das war also sehr positiv. Was man da vielleicht auch zu sagen kann, also dass man es anständig lizenziert, ist wirklich essentiell, weil dann muss man nicht die Zeit damit verbringen, über die Nachnutzung sich zu unterhalten und darüber zu diskutieren, sondern man kann gleich darüber diskutieren, was wirklich relevant ist. Und das ist der geschichtswissenschaftliche, epigraphische, Literatur- oder sprachwissenschaftliche Bezug auf den Daten. Man kann sich darüber austauschen. Das heißt, man kann gleich in Medias Res gehen. Beispiele, hier sind Schnittstellen, das führt zum Beispiel dazu, wenn Sie einen X-Pass eingeben, wie den hier beschriebenen, dass Sie bei Epidat... Also falls irgendwas, was wir sagen, ganz unverständlich ist für den einen oder anderen, dann einfach Hand heben und eine Frage stellen. Ja, also falls irgendwas ganz abseitig ist. Also was wir zeigen wollen, ist, dass man eben mit einem Befehl, da beide Corpora einen gemeinsamen Standard haben, Datenmodell, dass man zum Beispiel mit einem Befehl den Text, der in diesem Objekt ediert wird, fassen kann. Das ist hier der Fall bei Epidat und das ist mit dem gleichen Befehl. Das, was gemarkt ist, das bekommt man, wenn man X-Pass, das kann man greifen, wenn man den X-Pass darauf losschickt. Hier bekommt man auch eben in lateinischer Sprache die Inschrift dieser älteren Dame. Gut, das ist ein Vorteil eines gemeinsamen Datenformates. Bevor man Repositorien zusammenwirft, muss man die Sinnfrage stellen. Das haben wir auch gemacht. Also was soll es eigentlich, was könnte es ergeben? Nur, dass man es kann, heißt ja noch nicht, dass es irgendwas bringt. Deshalb haben wir uns jetzt hier ausüberlegt, wir haben gesehen, wir haben unsere Beständeliste angeschaut, wir haben einen Bestand, der in beiden Repositorien vorhanden ist. Das ist in unserem Fall Worms, das ist der älteste jüdische Friedhof, der noch erhalten ist, der fängt so um die 1040 an. Und in Dio sind es die Inschriften der Stadt Worms. Der gemeinsame Zeitraum ist ungefähr bis 1500. Und es wäre sinnvoll, sich vermutlich auf Grabmale zu beschränken, weil das etwas ist, was in beiden Beständen vorkommt. Also das wären mögliche Filter, die man beim Zusammenwerfen, beim Arbeiten anwenden könnte. Also das haben wir uns zuerst überlegt, also ganz geisteswissenschaftlich. Und da muss man sich überlegen, Äpfel und Birnen, was vergleiche ich hier eigentlich? Am Anfang sollten also sinnvolle, repositorienübergreifende Forschungsfragen stehen. Und was uns eingefallen ist, was man auch ohne Kenntische, das Latein oder das Hebräischen, das mittelalterliche Hebräisch vielleicht versteht, ist die Frage nach der Gender-Distribution. In Inschriften sind sehr oft Aussagen über Personen enthalten. Eine Bauinschrift gibt den Stifter an. Eine Grabinschrift macht Aussagen über den Verstorbenen. Und was man vielleicht bei dem Inschriftenbestand, der erhalten ist, an zwei Corpora stellen kann, ist die Frage, ob es vielleicht einen signifikanten Unterschied hinsichtlich der Gender-Distribution zwischen jüdischen und christlichen Inschriften-Opositorien gibt. Darüber hinaus sind noch sehr, sehr viele andere Fragestellungen sinnvoll. Also uns ist eingefallen, was werden eigentlich für Materialien verwendet in einer Stadt? Gibt es da Unterschiede? Manche Materialien sind sehr teuer. Gibt es da einen Unterschied zwischen einer christlichen Kultur und einer jüdischen Minderheitskultur in einer Stadt? Der Frage sind wir nicht. Also wir haben das angelegt. Man kann sie auch versuchsweise beantworten. Aber die werden wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber unsere Daten würden Ihnen das ermöglichen, da eine Antwort zu finden. Um hier nochmal kurz reinzugehen. Also in Epidoc ist es auch möglich, dass man sowas wie Wanderungen von Gegenständen sozusagen anbringt und annotiert. Das heißt, es ist häufig der Fall, dass zum Beispiel Grabplatten nicht über tausend Jahre an einem Ort bleiben, sondern dass die umgesetzt werden, sozusagen. Wenn irgendwas neu gebaut wird, wenn man was renovieren will oder aus unterschiedlichsten Gründen, dass die ihren Ort in einer Kirche oder an dem größeren Zusammenhang, in dem sie sich befinden, sozusagen wechseln. Wenn das adäquat annotiert ist, kann es über so einen X-Path abgefragt werden. Und dann kann man sich zum Beispiel anschauen, welche Inschriften, also welches Material wandert beispielsweise am häufigsten oder welches Material wandert überhaupt nicht, welche Inschriften werden vielleicht sozusagen an andere Orte verbracht, haben die bestimmte Kontexte, bestimmte Gender-Distribution etc. pp. Das sind alles so Fragestellungen, die man haben sollte, bevor man anfängt, sozusagen groß herum zu modellieren. Okay, eine Frage, die uns auch noch eingefallen ist in der Arbeit, die wirklich sehr interessant wäre, aber wo wir unser Datenmodell, unsere Datenhaltung, unsere interne Struktur noch überarbeiten wären, wäre zum Beispiel etwas von Zitaten, die verwendet werden in diesen Inschriften. Beide Kulturen sind sehr stark durch Bibel geprägt. Die jüdische Kultur natürlich nicht durch das Neue Testament. Aber es gibt doch, das ist es bei einer groben Übersicht aufgefallen, sehr viele gemeinsam verwendete Zitate. Auch da wäre, welche Zitaten werden bei Frauen, bei welchen Frauen, in welcher Zeit verwendet, wäre eine interessante Fragestellung, die man eigentlich repositorienübergreifend in den Blick bekommen könnte. Wäre auch eine sehr sinnvolle Frage, aber viel zu komplex für 20 Minuten, von denen ich jetzt nur noch acht habe. Aber wir sind schon bei über der Hälfte. Deshalb geht es jetzt sehr schnell. Es gibt einen Web-Service, den Thorsten Schrade entwickelt hat, 2010, der Digitalen Akademie im Rahmen eines Projektes. Das ist ein Generic Web-Service to extract RDF-Statements from XML-Resources. Genau was wir hier haben. Wir haben zwei Repositorien, die in TI-XML gehalten sind. Daraus können wir X-Triples generieren, RDF generieren, um die dann weiter zu verarbeiten. Wir haben ein Meta-Format, in den wir beide Daten in sehr kleinen Einheiten hineinwerfen können. Das haben wir gemacht. So sieht die Konfiguration als eigentlich sehr übersichtlich. Wir haben gesagt, bei einer bestimmten ID in einem Bestand, schau, welches Gender vergeben ist und nehme das, was an dieser Stelle steht, über den X-Pass, gib das aus. Also wir kriegen dann die ID so und so, hat das Geschlecht 1, 2, 0 oder 9. Das sind die Ergebnisse, die wir bekommen. Also aus etwas, was in einer Baumstruktur ist, kriegen wir eine Trippelstruktur, die wir dann reposorenübergreifend abfragen wollen als nächstes. Hier sehen Sie die Beispielkonfiguration von DIO und Epidat und hier das Ergebnis dieses RDF-Liftings, wenn Sie draufklicken würden. Machen Sie es zu Hause, dann sehen Sie, wie das aussieht. Schauen Sie sich an, wie die Ausgangsdaten aussehen. Dann sehen Sie, wie aus einer impliziten Struktur eine explizite wird. TI ist immer, da ist alles drin, aber es ist eben sehr verschachtelt. Im RDF, das wir generieren, ist es sehr straight und kann daraufhin im nächsten Schritt befragt werden. Jetzt kommt also die Analyse. Von der Fragestellung, Inschriftentexte, zumal Grabinschriften, enthalten in der Regel Aussage über Personen. Wie viele Inschriften über Männer und Frauen sind in den Corpora überliefert? Die Gender-Diskussion pro Corpus, das setzen wir um in ein Sparkelquery, das 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen hat und das wir in Eclipse RDF 4G geworfen haben und können das ausführen. Das könnten wir live machen, machen wir aber nicht, weil Werkstattbericht kein Workshop. Kannst du das kurz erläutern, was hier steht? Im Grunde wird erstmal geschaut, welche Objekte haben überhaupt diesen Bezug mit Gender, den wir hier sehr flach annotiert haben, sozusagen. Also wir haben diese ganzen Statements auch didaktisch reduziert, damit das einfach klarer ist. Sozusagen die Bezüge wirklich ganz flach. Und dann wird gefiltert nach Corpus, also entweder Epidat, gehört es zu Epidat oder gehört es zum Diokorpus. Und hier oben bei Select Distinct wird sozusagen die Ausgabe geregelt. Und zwar, es wird gezählt, wie viel Gender, wie viel Männliche, wie viel Weibliche und so weiter tauchen denn da überhaupt auf in den einzelnen Corpora. Aber wie bei so vielen Abfragesprachen, wenn man die Abfragesprache nicht kennt, dann sagt einem das alles wenig. Sprich, wenn man mit Sparkel arbeiten will, muss man sich zumindest mal ein Tutorial dazu durchlesen, eine Dokumentation angucken und dann funktioniert das auch alles. Das ist alles kein Hexenwerk, was wir hier machen. Aber wir haben nicht mehr als diese fünf Zeilen gebraucht, um zwei Corpora mit ein paar tausend Bestellen mit der Fragestellung, wie wir es ausgedacht haben, zu analysieren. Okay, wir schieben das los, erhalten ein Query-Signal, das die Gender angibt. Null steht für unknown, nein für non-defined, ein für male und zwei für female. Und dahinter steht, in welchem Korpus wie viel vorkommt. Das gibt man innerhalb von Sekunden. Das ist das Ergebnis, das haben wir als CSV exportiert. Das kommt für Visualisierung, Schritt 4. Da war unsere Devise, es ist so einfach wie möglich zu halten und nach Möglichkeiten zu suchen, welche Visualisierung denn das Ergebnis am besten darstellt. Also über Trial and Error ein geeignet, Visualisierung zu bitten. Dafür eignet sich sehr die Plattform der Kollegen von Raw, Rawcrafts. Da haben wir das, können Sie sich europieren. Wir könnten es live machen, machen wir aber nicht. Wir könnten es dann hier direkt eingeben in eine Maske und dann verschiedene Visualisierungsansätze ausdecken. Wir haben das mit zwei Fällen gemacht. Das ist das Ergebnis, das wir aus unserer Fragestellung kriegen. Das ist eine Visualisierung für ein Barschart. Hier sehen Sie die Konfiguration. Wir haben Steps, wir stellen Tender und Korpus an und Size. So bekommen wir für Geo und für Epidat die Visualisierung. Blau sind die Menschen, wo zum Beispiel wir sehen sofort, verhältnismäßig weniger Frauen sind die Regierung im Epidat nahezu gleichrangig. Keine anderen Wertparadeen im Epidat. Was daran liegt, dass sie da wirklich nur Grafenschriften haben und dass sie auch Bauhenschriften sein können, die keine Personennutzung haben und so weiter. Ja, wie erklärt man das jetzt? Das soll ja eine Forschungsfrage sein. Das zeigt eigentlich sehr schön, dass das Besondere der europäischen Epidatung ist, dass man die Militischen Friedhöfe von ewig angelegen sind und ob man es tatsächlich belegen kann, dass die Militischen Friedhöfe, die wir in Deutschland haben, dass Anlängern so viele Inschriften von Frauen erhalten, wie die über die Jahrhunderte, also 9 Jahrhunderte in der Jahrhunderte, bestehen. Und dass das bei den deutschen Friedhöfe sich anders verhält, vermutlich, weil die Inschriften, die die Leute, die ja in den Schriften genannt werden, Gelehrte sind, Pfarrer sind und Frauen dort haben eine geringere Rolle gespielt, sogar als die und Frauen. Wir können das auch noch einfach darstellen in einem Fluss-Diagramm, das ist weniger, aber es ist natürlich nicht, aber es funktioniert eben auch einfach dadurch, dass wir das Kontext-Fly in dieses Wunderschöne, und damit spielt auch uns diese Visualisierung näher zu sein. One World Thing ist, dass man natürlich auch wesentlich komplexere Datenmodellierung über das Wunderschöne zu RDF generieren kann. Dadurch haben wir, dadurch hat ganz und ganz draußen Schade eine CIDOB-Datenunterlegung durchgeführt, aber auch 2016 im Rahmen eines wirklichen Workshops hier in Darmstadt und am Ende kam eben eine CIDOB-CRM-Modellierung, reines kompletten Standes heraus, durch die Relationen eben nicht so positiv sind wie bei uns, sondern in dieser Gemeinde. Und damit sind wir am Ende, haben noch jede Menge Literatur und Software angehängt und sind durch. Wie lagen wir der Zeit? Können wir gerne machen. Man könnte vielleicht noch eine Sache dazufügen. Also wir haben jetzt gezeigt, okay, wir haben erstmal zwei RDF-Dateien erstellt, eine für DIO, eine für Epidat und haben die in diesem Triple Store, also in diesem RDF4J zusammengeführt. Und das geht einfach, indem diese beiden Dateien hochgeladen werden. Und in dem Triple Store liegen die dann halt einfach zusammen und sind auf Grundlage dessen, dass sie bei der RDF-XML sind, sozusagen automatisch miteinander gemerged. Man könnte, wenn man Bezüge hätte, zum Beispiel zu eigenen einzelnen Personen oder Gebäuden, über Normdaten, beispielsweise zu Geonames oder zu Wikidata, könnte man sich auch die Wikidata- oder Geonames-RDF-Datenbestände holen, die zusätzlich in diesen Triple Store laden und hätte dann sozusagen diesen Graphen, den man da abfragen kann mit Sparkle, nochmal um ein Vielfaches sozusagen erweitert und könnte dann nicht zum Beispiel nicht nur diese einfache, ein bisschen didaktisch reduzierte Abfrage machen, die wir jetzt hier dargestellt haben, sondern könnte wirklich komplexe Zusammenhänge hier abfragen. Und die Komplexität der Abfragen, die man durchführen kann bei dieser Herangehensweise, die wird natürlich durch zwei Sachen beschränkt. Durch die Komplexität der Daten, die ich habe, also wie viel ist das, wie hoch ist der Grad der Verknüpfung da intern und wie hoch ist meine Kompetenz in der Abfragesprache, um diese komplexen Queries zu formulieren. Das sind so die zwei Bereiche, die die Nutzbarkeit dieses Ansatzes begrenzen. Und was die Visualisierung angeht, ist der Trier- und Angelpunkt, dass dieser Sparkle-Query uns immer ein Datenformat rausgibt, das wir sehr einfach visualisieren können, beispielsweise mit JavaScript oder mit diesem Raw-Graphs-Ding. Weil es einmal CSV ausgeben kann, aber dann natürlich auch Formate wie JSON zum Beispiel. Und wenn man diese zwei Sachen hat, dann steht einem im Grunde, was die Visualisierung angeht, alles offen. Fragen? Wir haben Zeichen aus der Regie bekommen, dass wir... Vielleicht hat jemand Fragen? Wir haben uns einfach überlegt, was können wir hier zeigen, was man nachvollziehen kann. Eine unserer Vorüberlegungen war es, auf Symbole zu schauen, von denen wir natürlich in beiden Beständen Fotos haben. Also man sucht, zeige mir gemeinsame Foto, zeige mir Symbole in den Corpora, werft die in einen Topf und sucht dann nach gemeinsamen Symbolen und schaut, wie wird eine Kanne auf dem jüdischen Friedhof dargestellt und im Nachbarten Dom, wo der Priester sich die Hände wäscht oder sowas. Aber das wäre in der Sparkel... Hier haben wir vier Statements gebraucht, um in 20 plus 10 bestehen zu können. Dafür hätten wir wesentlich mehr gebraucht. Das wäre einfach dann sehr komplex, aber genau das sind die ganz interessanten Fragen. Gemeinsame Symbole, auch die Orte, an denen es Sparfinners Max angedeutet hat. Genau, das ist alles möglich. Wir bleiben da auch dran. Wir haben noch ein bisschen... Es hat auf jeden Fall... Wenn man Repositorien zusammenwirft, das ging uns so die letzten Wochen, als wir das hier vorbereitet haben, merkt man, okay, bei Dio ist etwas sehr gut modelliert, bei mir Epidat noch nicht. Also setzt man sich hin. Wir haben beide strukturierte Formate und verbessert die eigenen Daten. Also durch die Zusammenarbeit sind unsere beiden Daten selber geworden. Es ist besser geworden. Also ein Beispiel war, ich hatte nicht Objektype verwendet, weil ich beschäftige mich mit Grabentschriften. Logisch. Deshalb ist das bei mir nicht explizit ausgezeichnet gewesen im Code. Wenn ich sie mit ihm zusammenwerfe, ist das wichtig, dass wir meine Grabentschriften und seine Grabentschriften erinnern. Also habe ich überall ergänzt Grabentschriften. Dabei ist mir aufgefallen, bei der Durchsicht unserer 35.000 Inschriften, dass wir eben doch auch nicht nur Grabentschriften haben. Wir haben Gedenkentschriften, wir haben sowas wie Milestones, so Nummernentschriften. Und das habe ich eben einfach nachgetragen. War eine Sache von einer halben Stunde. Aber diese Verbesserung des Datenmodells kam dadurch zustande, dass wir beide uns zusammengesetzt haben und gesehen haben, aha, wenn wir diese Repressionen zusammenwerfen, müssen wir die Modelle machen. Bei ihm war, beim Dioband, war ein anderes Beispiel. Da steht in der Einleitung, alle Inschriften, wo das Material nicht bezeichnet ist, sind aus Sandstein. Deshalb haben wir überall da, wo keine Materialangabe war, eben im Datenmodell auch Sandstein ergänzen können. Das stand im Vorwort. Also wir haben etwas, was implizit irgendwo im Vorwort war, in unser Datenmodell eingetragen, und dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen. Also zu den Bildern auch noch. Alles, was im Internet über eine persistente URI, also über eine URN zum Beispiel, referenzierbar ist, lässt sich sehr, sehr einfach in so ein RDF-Modell sozusagen integrieren. Das ist im Grunde das Fundament, auf dem dieser ganze Ansatz steht. Dass man alles, alle Objekte, mit denen man arbeiten will, dass die über URIs persistent adressierbar sind. Und das gilt dann natürlich auch im besten Fall für Bilder, sozusagen, die wir verwenden, die dann auch wieder sozusagen auf die Katalognummer, auf die Inschrift, mit der sie zusammenhängen, verweisen, aber halt auch auf Symbole. Und so weiter. Was man, wenn man sich die Konfigurationsdateien anschaut, für Dio und Epidog, die ja sehr kurz sind, sieht man, dass bei gleichem Datenformat TI Epidog XML wir zum Beispiel unsere IDs doch an unterschiedlichen Stellen geben. Das Datenmodell lässt das zu. Die TI ist da nicht so streng und wir sind vielleicht zu schlampig. Aber wir schaffen es eben durch diese kurzen Statements, dass sehr schnell und eine gute Datenkenntnis, weil wir sind verantwortlich für diese Repositorien, das doch in der Meta-Ebene vereinheitlichen zu können. Das war eben auch. Und dann nochmal nachzudenken, was mache ich eigentlich? Warum gebe ich an fünf Stellen Identifier an? Ist das so furchtbar sinnvoll? Also das führt auch wieder dazu, die eigene Praxis zu überdenken. Und wenn man es dann erst mal in, also diese Abfrage, die man da gemacht hat, die dann in das CSV führt, die könnte man auch rein mit XPath oder XSLT machen. Die wäre aber dann nicht so performant zum Beispiel auf großen Datenbeständen, wie das jetzt mit RDF und Sparkle der Fall ist. Und deshalb bietet es sich an, wenn man sehr große Datenbestände hat, die erst mal zu extrahieren und in dieses performantere und einfach besser zu ver... Also die Suchanfragen kann man einfach besser formulieren. Man kann komplexere oder einfacher, komplexere Suchanfragen in Sparkle formulieren, als das Ganze jetzt auf Basis von XPath und XSLT zum Beispiel oder XQuery der Fall wäre. Es ist sehr nah an natürlicher Sprache und Sätze. Naja, da kann man jetzt glaube ich geteilter Meinung sein. Also das haben wir geschafft. Also was haben Sie gemeint? Ich habe die Frage gerade nicht verstanden. Ob man dafür Informatiker braucht, um das aufzusetzen oder ob das Programm so ist, dass es auch als Historiker sozusagen machbar ist, sich da reinzunehmen. Also der XTripples Web Service, den wir verwendet haben, der ist sehr gut dokumentiert. Also Sie können sich das einfach mal... Wenn Sie ein XML-Format haben, ein strukturiertes Format haben, schauen Sie sich das an, machen wie wir ein sehr einfaches Beispiel und probieren es einfach mal aus. Also wir haben das, was wir hier gemacht haben, nachdem wir erst wirklich sehr komplexe Dinge versucht haben, haben wir gestern Nachmittag das einfach so schlank durchlaufen lassen, wie wir es jetzt hier darstellen. Also das geht. Jetzt sind wir, wir kennen unsere Daten sehr gut. Wobei, wie gesagt, das war jetzt auch didaktisch reduziert, die Trippel, die wir da gebildet haben. Wie man zum Beispiel, wenn man sich den Vortrag anguckt von Thorsten Schrader, auf den wir verwiesen haben, wenn man das in C-Docs, CRM modelliert, ist das um ein Vielfaches komplexer, die Zusammenhänge, die da dargestellt werden. Und auch das mit dem Gender, was wir gezeigt haben. Das haben wir jetzt einfach an den Grabstein gehängt sozusagen. Ein Grabstein hat natürlich kein Gender. Das ist klar. Und im Grunde steht auch in der Ontologie drin, dass alles, was mit Gender sozusagen bedacht wird, dass daraus folgt, dass dasjenige ein lebender Agent ist. Und Grabsteine können das natürlich nicht sein. Deshalb, also didaktische Reduktion. Wenn man es dann wirklich als Forschungsdaten publizieren will, dann wird das alles um einiges komplexer sein. Sozusagen. Und deshalb, um zu der Frage zurückzukommen, braucht man dann einen Informatiker oder vielleicht doch viel besser noch einen DHler, der das macht, dann würde ich sagen, wenn man will, dass es gut gemacht wird und richtig gemacht wird, dann sollte man doch eine DH-Stelle dafür schaffen in seinem Projekt, weil es einfach nur mit sozusagen diese ADF-XML-Datei zu erstellen, damit ist es nicht getan. Man will ja auch darauf querieren, was wir jetzt mit Sparkle gemacht haben. Das heißt, ich muss auch erst mal diesen Triple Store hinstellen. Das muss sich jemand angucken. Dann muss jemand die Sparkle-Queries schreiben. Vielleicht auch im besten Fall mit den anderen Forschern, die da dran arbeiten, die sich da auch ein bisschen dran weiterbilden können und so weiter. Deshalb, also, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann das alleine machen, wenn man sich abends, nachts hinsetzt, um sich da erst mal einzuarbeiten. Aber besser wäre es wahrscheinlich, wenn man das wirklich in ein kleines Forschungsprojekt mit verschiedenen Leuten, die ihre Expertise einbringen, sozusagen, das dahingehend abbildet. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu hart. Nein, aber die Fragestellungen, die wir gestellt haben, sind geistig- und gläufliche Fragestellungen. Und die müssen am Anfang stehen. Und die muss man formulieren können. Und damit muss man an die Daten gehen können. Das können Sie. Und das können Sie auch formulieren. Und das kann dann auch jemand, das kann man umsetzen. Ich glaube, man kann es selber machen. Wir fragen nicht, ob der Grabstein männlich oder weiblich ist oder der Stein, sondern wir fragen, ob die darauf genannten Personen, welchem Geschlecht die angehören. Das ist schon, das ist nicht, wir verbiegen hier nichts. Das ist schon, also das hast du jetzt ein bisschen, das ist eine sinnvolle Frage, die wir gestellt haben. Ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, didaktisch reduziert und nicht verboten. Didaktisch reduziert, ja, ja, genau. Also das geht genauso, wie wir es gemacht haben. Und es hat uns weitergeholfen. Es hat etwas belegt, was immer behauptet wird. Konnten wir jetzt wirklich quantifizieren und an tatsächlichen, echten Daten verzeihen. Vielen Dank.